Immerhin 6,25 Kilo schwer, das vergoldete Silberding. Und bitte sehr, das Pokalfinale 2010 läuft. Arjen Robben, der immer trifft, die Bayern 4 und 1 zu 0, unverdient. Olic, noch hat ihn rein. Wunderbar, Van Bommel, Ribery, 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 au revoir. Fantastisch gemacht von Marc Van Bommel. Das ist furchtbar gegen eine Mannschaft, die so fantastisch auf Konter spielen kann. Lamm. Noch 7, 7,5 Minuten, da ist noch was drin. Schweinsteiger, Schweinsteiger, wird belohnt. Weltklasse! Allerdings gegen einen Gegner, der längst abgeschlossen hat. DfB-Pokalsieger 2010 ist der FC Bayern München.